2 x 5, 2 x 4, 2 x 3, 2 x 2 und Achtung, weiterlaufen, nicht ein Bein vorne lassen, weiterlaufen. 2 x 5, 2 x 4, 2 x 3, 2 x 2. Hürde brauchen wir noch nicht und wir gehen ruhig zurück. Gut, bleibe gross, Armeinsatz. Bleibe gross, bleibe gross, bleibe gross. 2 x 5, 2 x 4, 2 x 3, 2 x 2. Und bei 4 und 2 Metern machen wir einmal mit links vorne, einmal mit rechts vorne. Weiter, 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 weiter. Gut. Gut. Links, rechts mit Aussentap, gleich auch durch die Hürde, links, rechts und gleich Push am Aussenbein. Ja, los. Zug. Hürde auch durchgehen. Ja. Und bei den Hürdenmetern wirklich gleich, wenn du von der Hürde rauskommst, Push vom Aussenbein. Push vom Aussenbein und weg. Okay. Vom Aussenbein, Alexa. Ja, also wenn du von der Hürde rauskommst, an dieser Seite, nicht mit rechts, aber mit links, volle Pulle raus. Hup. Hup. Puff. Und drück. Am Ende bei den letzten Hürdenmetern zwei, drei Schritte verschnellen und dann locker. Ja, machen wir vier Malmetern und wir kommen ruhig zurück. Zweimal links anfangen, zweimal rechts anfangen. Tuck. Hup. Bang. Mit Aussentap, mit Aussentap. Tuck. Schnell bewegen. Hup. 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 Versuch bei der letzten Lea mit links und dann den Push zu machen, weil jetzt ist es so, auf dem linken Bein und dann voll durch. Hup. Bang. 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 Okay. Zweimal links anfangen, zweimal rechts anfangen. Ja, weiter, weiter, weiter. Go, 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 go. Hup. Tempo machen. Hup. Hup. Tuck. Tuck. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Keine Pause. Durch. Hup. Tuck. Tuck. Okay. Prima. Mehr ist zwei pro Fach, klein bisschen Anlauf Richtung die Leiter schon, dass du schon ein bisschen Schnelligkeit hast und danach durch über die Blöcke. Am Ende, am Ende noch zwei, drei Schritte durch verschnellen und dann entspannt zurück. Viermal. Über die Blöcke nur noch ein. Ja, über die Blöcke nur ein. Ja, los, Tempo machen. cut. Zwei pro Fach. Tuck, 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 tuck. Tempo mitnehmen. Bang, bang, bang. Und verschnellen. Okay. Vier Stück mehr. Vier Stück. Go. Tuck, 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 tuck. Tempo mitnehmen. Bang. Bang. Okay. Gut, viermal mehr. Und wir kommen ruhig zurück. Bang. Okay, gut. 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 Tempo, nehmen die Arme mit, Lea. Lena, nehmen die Arme mit. Gut. Laura, gleich versuche, die Arme mitzunehmen, wenn du über die Hürde gehst. Die ersten zwei sind noch ohne, gleich sofort mitnehmen die Arme. Okay. Okay, dann die Leiter weg. Hürde können noch stehen bleiben, Mädels. Okay. Wir machen vier Starts über die Hürde. Du stehst mit zwei Füssen nebeneinander, aber voller Druck auf ein von beiden Beinen. Ja. Tapp auf deine Rücke und du startest sofort los. Der kann stehen. Oh, Tier. Okay, gut. Ja, so, du fangst an. Zwei Füße nebeneinander. Gut. Ja, so, dass du mit deinem ersten Schritt rüberkommst. Ja, so. Stehen. Wirklich drück auf ein Bein. Stehen. Zug. Puff. Okay, gut. Ja, viermal mehr. Beides. Zweimal mit rechts da. Zweimal mit links. Tuck. Hopp. Ja, so, kein Fuss bewegt nach hinten. Füße sind am Boden. Drück sie rauf. Und weiter. Hopp. Zweimal mit links, zweimal mit rechts. Aber Sani, du sollst nicht schon so stehen, oder? Ne. Auf zwei Beinen stehen, aber drück voll auf ein Bein. Hopp. Tuff. Okay, gut. Prima. Stehen. Spannung auf die Beine. Druck auf eine. Puff. Und weg. Tuck. Hopp. Oh, da war ein extra Schritt, Alexa. Ja, bist du bereit? Hopp. Bang. Und weg. Gewicht nach vorne lassen. Ja. Oh. Ich habe es versucht, aber ich komme nicht dran. Tuck. Hopp. Okay. Du kannst klein bisschen nah dran anfangen, Lea. Ja, der Abstand zu dem ersten ist ziemlich weit. Hopp. Puff. Okay. Viermal. Zweimal mit links, zweimal mit rechts. Mehrs. Scheiße. Sowers. Der Mann labeled hier mit links das association, hier. Das hier ist ja alles Vielen Dank.